In diesem Tutorial werden wir uns einen komplexeren Orthogonalitätsbeweis anschauen, auf dem Niveau einer Abituraufgabe. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass euch wenigstens die Grundlagenvektorielle Beweise bekannt sind. Wenn das nicht der Fall ist, entweder oben rechts unter dem I-Punkt oder am Ende im Abspann findet ihr ein passendes Tutorial dazu. Bevor wir gleich mit der Beispielaufgabe loslegen, will ich euch noch kurz in Erinnerung bringen, welche Schritte bei einem vektoriellen Beweisformen Bedeutung sind. In erster Reihe ist es natürlich wichtig zu erkennen, was eigentlich bewiesen oder bestimmt werden muss. Zweitens, die gegebenen Voraussetzungen aufschreiben, das bedeutet, was uns die Aufgabenstellung vorgibt. Die Reihenfolge dieser zwei Schritte ist natürlich Geschmackssache. Nummer 3 Die vektorielle Vereinfachung der Figur. Ich habe sie jetzt mit Grau eingeblendet. Dieser Schritt ist natürlich nicht unbedingt notwendig, aber sehr empfehlenswert, wenn man nicht so viel schreiben möchte. Und 4 und letzter Schritt, natürlich der Beweis, durch Verwendung der Voraussetzungen mit Hilfe von Linearkombinationen. Und hier ist die Beispielaufgabe. Das Rechteck OABC, rechts abgebildet, ist dreimal so lang wie breit. Für den Punkt T gilt, Vektor OT ist das gleiche wie ein Neuntel von Vektor OA. Zeige, dass die Vektoren OB und TC orthogonal sind. Also, damit sind natürlich diese zwei Vektoren hier gemeint. OB und TC hier mit blau abgebildet. Und sie müssen aufeinander orthogonal sein. Und das ist natürlich auch das, was zu beweisen ist. Und in diesem Zusammenhang beweist man natürlich die Orthogonalität zweier Vektoren mit Hilfe des Skalarprodukts. Kurz gesagt, Skalarprodukt zwischen dem Vektor OB und TC muss 0 sein. Als nächstes müssen wir natürlich herausfinden, was in der Aufgabenstellung überhaupt gegeben ist. In der ersten Zeile finden wir schon eine wichtige Information und zwar, das Rechteck ist dreimal so lang wie breit. Mathematisch können wir das Ganze auch so übersetzen. Die Länge des Vektors OA, also die untere Kante vom Rechteck, ist gleich dreimal die Länge des Vektors AB, also die Breite des Rechtecks. Außerdem gilt noch für den Punkt T, dass OT oder Vektor OT ein Neuntel vom Vektor OA ist. Also, das ist uns gegeben. Nummer 3 wäre dann die vektorielle Vereinfachung. Und üblicherweise muss man sich immer zwei Vektoren hier aussuchen, die man mit vereinfachten Buchstaben darstellt. Also, sinnvoll wäre zum Beispiel den Vektor OA als Vektor klein a zu bezeichnen und natürlich Vektor AB als klein b zu bezeichnen. Also, halten wir noch kurz fest. OA ist klein a und AB ist klein b. Und dann sind wir schon bei der Nummer 4. Hier geht es um den Beweis. An dieser Stelle schaut man natürlich auf das, was zu beweisen ist. Also, wir müssen beweisen, dass das Skalarprodukt zwischen Vektor OB und der C 0 ist. Und man stellt für jeder dieser Vektoren eine entsprechende Linearkombination auf. Also, ich fange natürlich mit OB an. Dann haben wir einmal Vektor OB, wenn wir jetzt auf unsere Figur schauen. Also, für Vektor OB gehen wir von O nach B. Also, eine Alternative wäre natürlich OA plus AB. Dann können wir das auch zuerst hinschreiben. OB ist OA plus AB. Und wenn wir jetzt die vektorielle Vereinfachung nutzen, dann statt OA können wir schreiben klein Vektor A und statt AB natürlich klein Vektor B. Also, das ist die Linearkombination für den Vektor OB. Das Gleiche machen wir jetzt auch für den Vektor TC. Also, Vektor TC ist gleich. Wir schauen wieder auf unsere Figur. Also, wir starten in T und wollen Richtung C gehen. Das bedeutet, erstmal gehen wir von T nach O. Also, wir hätten als erstes dieser Vektor TO plus und dann von O nach C. Das ist natürlich der Vektor OC. Okay, jetzt geht es darum, TO in Abhängigkeit von bekannten Vektoren auszudrücken. Und das ist ja nicht so kompliziert. TO ist nur der Gegenvektor zu OT. Also, OT war ein Neuntel OA. Das bedeutet, TO ist minus ein Neuntel OA, beziehungsweise minus ein Neuntel mal klein A. OA ist natürlich unser klein A. Und dann noch dieser Vektor OC. OC ist eigentlich identisch mit AB. Das bedeutet, ich kann auch dafür klein B schreiben. Das ist dann die Linearkombination für den Vektor TC. Und jetzt nutzen wir natürlich das, was wir beweisen müssen. Also, die Tatsache, dass OB mal TC 0 ergeben muss. Und schauen, ob mit dieser Linearkombination das Ganze natürlich 0 ergibt. Also, hier an der Seite schreibe ich dann Vektor OB mal Vektor TC ist gleich. Natürlich werden beide Linearkombinationen jetzt in Klammer gesetzt. Das heißt, für OB haben wir dann Vektor A plus Vektor B mal, Klammer auf, minus ein Neuntel Vektor A plus Vektor B, Klammer zu, ist gleich. Und jetzt müssen wir natürlich die Klammern auflösen. Also, einfach jede mit jeden hier multiplizieren. Als erstes habe ich Vektor A mal minus ein Neuntel Vektor A. Das sind dann minus ein Neuntel Vektor A mal Vektor A. Danach können wir sie gerne auch zusammenfassen. Bei dem nächsten Schritt habe ich Vektor A mal Vektor B. Also, plus Vektor A mal Vektor B. Dann kommt B mal minus ein Neuntel Vektor A, sind dann minus ein Neuntel Vektor B mal Vektor A oder Vektor A mal Vektor B. Das spielt jetzt an der Stelle keine Rolle. Und die letzte Runde ist dann Vektor B mal Vektor B. Das schreibe ich natürlich auch ausführlich hin. Also, das ist als letztes. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle zeigen, dass dieser Ausdruck hinten Null ergibt. Wir fangen natürlich hier vorne an mit diesem minus ein Neuntel Vektor A mal Vektor A. Das kann man auf eine ganz besondere Weise zusammenfassen. Zur Erinnerung, es gab eine Verbindungsformel zwischen dem Skalarprodukt und die Länge eines Vektors, die ich rechts eingeblendet habe. Also, Vektor A mal Vektor A ist das gleiche wie die Länge des Vektors ins Quadrat. Das bedeutet, das können wir auch gerne hier nutzen. Wir haben dann minus ein Neuntel mal Betrag von Vektor A hoch 2. Und natürlich werden wir die gleiche Formel auch für Vektor B mal Vektor B gleich anwenden. Allerdings, die Frage ist, was machen wir mit dieser A mal B, beziehungsweise minus ein Neuntel B mal A. Das ist ganz einfach. Wenn zwei Vektoren am Velland orthogonal sind, das haben wir schon mal geklärt, dann ist deren Skalarprodukt Null. Und wenn ihr die Figur anschaut, ganz einfach zu erkennen, zwischen A und B haben wir einen 90 Grad Winkel. Das bedeutet, das hier ist alles Null. Und entsprechend auch das hier ist alles Null. Null mal ein Neuntel ist natürlich ebenfalls Null. Das bedeutet, diese Terme verschwinden einfach. Also können wir für Vektor B mal Vektor B auch diese Formel hier nutzen. Und dann haben wir letztendlich Plusbetrag von Vektor B in Quadrat. Jetzt müssen wir noch eine dieser gegebenen Eigenschaften in der Aufgabenstellung nutzen. Und zwar die hier. Die sagt uns, OA ist gleich 3 mal AB. Und wir wissen, OA ist A und AB ist klein b. Das bedeutet, wir könnten praktisch jetzt hier klein a mit 3 mal klein b ersetzen. Entsprechend hätten wir dann an dieser Stelle minus ein Neuntel. Und dann in Klammer 3 mal Betrag von Vektor B. Alles ins Quadrat plus die Länge oder Betrag von Vektor B, natürlich ebenfalls ins Quadrat. Wenn wir jetzt diese Quadratklammer hier auflösen beim ersten Term, dann haben wir ein Neuntel. Mal, naja, 3 hoch 2 sind ebenfalls 9. Und dann mal Vektor B ins Quadrat plus Vektor B ins Quadrat. 9 und 9 kürzen sich weg. Und was übrig ist, ist nur minus Vektor B ins Quadrat plus Vektor B ins Quadrat. Und ich hoffe, dass es jedem klar ist, dass es ergibt 0. Und damit ist die Orthogonalität der beiden Vektoren, ob B und der C, natürlich bewiesen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Für den Fall, dass ihr mit dieser Aufgabe große Schwierigkeiten hattet, ist es wirklich noch empfehlenswert, euch die Grundlagenvektorielle Beweise anzuschauen. Dazu gehören auch Themen wie Linearkombinationen, Orthogonalität, Parallelität, Kolinearität und lineare Abhängigkeit. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen sowie weitere Beispielaufgaben im Zusammenhang mit Vektorieller Beweise findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann geht es um ein Abo kosten.